Herr Marlon, die Kommission endlich vereidigt, das heißt allen Teilen, das Personalpaket, das hat ja ein bisschen gedauert, bis es komplett war, sei nun aber gar nicht so schlecht und Ursula von der Leyen als Präsidentin hätte ein gutes Team, um die ohne Frage großen Herausforderungen anzugehen. Was hat man von ihr und ihrem Team als erstes zu erwarten? Den Green Deal hat sie ja schon vorgestellt. Herr Green Deal soll ja eines der Markenzeichen dieser neuen Kommission werden, aber sie hat auch die Hände ausgestreckt hier den europäischen Parlamentariern gegenüber und gesagt, dass sie bei den wichtigen Reformvorschlägen, die sie ausarbeiten will, das ist beispielsweise die Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050, aber auch neue Reformverträge, denken wir beispielsweise an den Vertrag von Lissabon, das ist ja das jetzt noch gültige Vertragswerk, das soll jetzt reformiert und abgedatet werden. Dafür braucht sie die Parlamentarier. Das sind große Aufgaben, die sie in den nächsten fünf Jahren mit ihrer Kommission hier angehen möchte und eine Sache, die wird sicherlich die neue Kommission maßgeblich auch beschäftigen und das ist die Frage, wie es weitergeht zum Thema Brexit, denn am 31. Januar verlässt ja Großbritannien die Europäische Union. Das erste Mal in der Geschichte ein solcher Schritt und wie in Zukunft dann durch einen Vertrag geschaffen wird mit Großbritannien, der die zukünftigen Beziehungen regeln soll, das ist auch eine große Aufgabe, vor der hier Ursula von der Leyen und die neue Kommission steht. Sie wird morgen auch hier im Europäischen Parlament widersprechen, denn morgen beginnt das Parlament mit einer Debatte zur europäischen Ratspräsidentschaft, die dann Kroatien innehaben wird. Da wird es sicherlich um die großen außenpolitischen Themen gehen. Also die Agenda ist voll für Ursula von der Leyen und ihre Kommission. Jetzt geht es richtig los mit dem Eid, den sie heute abgelegt hat und wir werden sehen und werden beobachten, wie sie sich in ihrer Amtszeit schlägt und verhält. Ich sage herzlichen Dank für den Moment. Morgen früh 8.45 Uhr sind wir pünktlich wieder in Straßburg, dann wenn es eben um die geschilderte Debatte geht.